Das Kraftklub ABC in 20 Sekunden. Heute, oh wie unterwegs. Unterwegs werde ich immer krank. Ich erkälte mich sehr schnell. Ich war jetzt auch sehr früh, sehr schnell erkältet und seitdem geht das so in so einem Turbo wie so eine Inkubationszelle. Dann erwischt es erst ihn, dann ihn, dann ihn und wenn wir einmal durch sind, geht es wieder von vorne los. Jetzt bin ich wieder dran. Besser lesen und schreiben. Hier ist deine Chance. iChance Ruf an kostenlos unter 0800 53 33 44 55 iChance